Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Venonet-Blood-Party mit der lieben Übernehmer und Tim Long. Hi! Hallöchen! Ja, heute mal zum dritten Alisha Upgrade. Also es wird speziell. Appeln aus für euch. Oh, wie kann ich Applaus machen? Ah. Slow-Clap so. Oh, oh, nein, nein, nein! Das muss ich rausschneiden. Okay. Ich drücke mal auf Start und hoffe, dass alles funktioniert, denn das Spiel ist immer noch in Early Access. Ja. Und es können immer noch Probleme aussehen. Was ist Start? Was muss ich machen? Nichts. Nichts, okay. Die Pan regelt das. Ich regel. Unendliche Leben und 5 Minuten Zeit, na super. Oh. Ach. Aufkacke. Das ist schon mal ganz gut. Oh. Wiii. Oh. Irgendwie sieht es bei mir ganz... Die Grafikeinstellung hätte ich ein bisschen runterstellen müssen, glaube ich. Sieht gerade ein bisschen matschig aus irgendwie, aber... Wow! Oh Gott, nein! Nein! Yay! Checkpoint! Ich bin nicht mehr da. Oh Gott. Ich glaube, ich könnte hier noch ein bisschen... Bei mir sieht es so... Ey! Ey! Warte! Warte! Ich bin in Option! Alter! Ich rächne dich! Alter! Ich muss die Grafik eigentlich dann unbedingt runterstellen. Das geht gar nicht. Oh nein! Oh Mist! Oh Gott! Oh Gott! Was kann man denn hier noch einstellen auf die Schnelle? Äh... Ich nehme den langen Weg nochmal. Epic vor allem, ne? Ganz genau. Epic. Epic. Epic auf meinem PC, ne? Das ist... Nein! Uh! Ist das jetzt direkt eingestellt? Das machen wir mal auf... Continue. Ah, okay. Ah! Ich habe alles auf Mittel und jetzt ist alles... Sieht das bei euch auch so körnig aus? Sah es. Oh nein! Oh! Oh, was ist denn jetzt los? Oh nein, tut mir leid! Tut mir leid. Also es läuft direkt gut. Mann, ich war fast im Ziel. Äh... Äh... Das ist nicht passiert. Äh... Hey, ich war... Ich war schon voll gut, ja? Okay, das geht... Wir machen es jetzt ganz schnell. Ja. Äh... Wie eben. Genau. Das ist auch kein Geheimnis, das kann man immer anders machen. Genau. Kann es immer anders machen. Äh... Achso, wie eben? Ja, wie eben. Achso, da? Ich blende es trotzdem aus. Also... Richtig. Ja, da. Für alle. Da ist der Bescheid. Ja! Wollen wir fünf Minuten machen, oder leben? Beides. Okay, beides. Okay. Ich bin voll motiviert. Es tut mir leid. Jetzt hab ich die Grafikeinstellung. Alter. Das ist ja der Anfang. Hä? Das funktioniert irgendwie nicht. Ach so, das ist mein Bug, da muss man immer noch mal raus. Ah ja, naja. Ist halt so. Ist halt so. Na dann machen wir es jetzt einfach. Dann schafft es auch jeder jetzt in der ersten Runde. Genau. Und ich habe schon gesehen, die Nessa, die haut schon ordentlich rein. Ja, ich nicht. Ich hab vorhin gedacht, ach komm, so eine Gelegenheit kriegst du lieber. No! Hinter dir. Ah, okay. Ich hab nur... Einen Fuß auf jeden Fall verloren. So, ich humpel mal so ein bisschen. Nein! Nein! Nein, ich bin auch reingefallen. Oh nein! Oh Gott! Nein! Oh Gott, das Ding hat mich fast getroffen. Hey, guck mal, ich nehme noch. Voll gut. Ich bin hier runter. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Nein, ich laufe auch so hoch. Ich geh auch schon mal sicher. Dein N ist voll cool, Nessa. Ah! Das ist cool. Der Name, wie der geschrieben ist. Gut, stimmt. Ja, stimmt. Okay. So, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh. Sorry. Hier ist aber ein stressiger. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ey, geil. Oh, da sind nur die zwei. Oh Gott. Ich hab schon wieder den Fuß verloren. Alter! Oh, wie hoch kann man denn springen? Oh nein! Oh, das Level geht aber voll klar. Ja! Oh, der Long, der hat schon das... Oha! Oha! Ihr seid doch auch direkt da. Guck mal, ihr seid doch... Oh, oh, oh. Warte mal, wie hilft man Sachen? Nein! Oh, oh. Man kann, man kann sich doch ducken. Äh, press A. To switch. Click. To switch. Warte mal. Ich kann dich doch mit Sachen bewerfen jetzt. Nein, hör auf. Das machen wir nicht. Hör auf! Ja! Ja! Habe es mitmachen müssen. Oh, wir haben verloren. Die hat Angst vor der Rache. So, back to lobby in... Drei... Oh, ich hab fünf. Zwei... 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 So. Moment. Ah, okay. Jetzt kann ich hier was Neues auswählen. Wir machen direkt die nächste, ne? Ganz große Leistung. Die Übernehmer hat wieder hier, äh, unsere... Hat unser Leben in der Hand, indem sie entscheidet, welche Maps wir spielen. Wir machen einfach die nächste wieder. Ja, ich finde, das ist übersichtlich. Dann muss man nicht überlegen, was man schon hatte. Ja. Let's go. Was hast du überhaupt für einen Hut an? Das ist eine Schnecke. Was ist das? Das ist doch keine Schnecke. Das ist eine Schnecke. Na, ich hab... Ich sehe genauso aus wie in real. Also, das kann man jetzt vergleichen mit der Face-Film. Also, für alle, für alle, die es... Die es gesehen haben, ich habe es anders gestellt. Oh! Ich habe nämlich 10, 10 Leben gemacht und, äh, keine Zeit. Huh! Okay, das war blöd. Uah! Hey, mein Kopf ist noch da! Ja! Locks Kopf auf! Aber wir haben unendlich Leben, das heißt Respawn. Oh nein! Oh nein! Oh, das war die Panik. Ich hab sie gesehen. Ein paar Teile von ihr hängen noch hier oben. Bei mir sieht das alles so... Bei mir sieht das alles so körnig aus. Ich weiß auch nicht, warum. Also, ich habe alles auf Mittel gestellt, da geht es. Einfach durch. Höh! Ich glaube, es ist einfach... Was denn? Oh! Oh nein! Oh! Jetzt wurde ich hier voll... Jetzt wurde ich hier voll wegge... Weggebasht. So, geht das hier? Passt. Wo ist der nächste Check? Nein! Mal gucken. Ach, deswegen. Hier ist mal wieder so eine blöde Trapdoor. Oh! 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 Komm schon, komm schon, du schaffst es noch. Ah, wenn man Post Processing auf Low stellt, dann ist alles nicht mehr so körnig. Oh! Oh nein! Oh nein! Wie soll man denn hier... Wie soll man das machen? Hallo Paaren! Ei! Ja! Ja! So! Komm! Komm! Lessa, wo bist du? Wir liefern uns hier in den epischsten Battle. Ja, wo seid ihr überhaupt? Ah! Ja! Komm! Da rein! Da rein! Uh! Oh! Mach das erstmal nach! Ich habe einen Fuß verloren! Oh! Ich glaube, die sind hinter mir. Die sind hinter mir! Ei! Ich komme! Ist das schön, wenn es nicht mehr so körnig ist. Nein! Ich komme! Oh Gott. Oh, kurzer Ruckler. Was hast du denn? Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Keep rolling! Ja, die habe ich eben auch bekommen. Ja, weil du deinen Kopf eingesetzt hast. Ich wusste halt nicht, wie ich den Kopf wieder dran mache. Oh nein! Oh nein! Oh, warte mal an! Warte mal an! Warte mal an! Oh, scheiße! Die alten Säcke! Oh Gott! Mist! Der Long, der hat sich jetzt selber. Das war so, ähm... Was ist das denn? Karma war das. Wo ist mein Knochen? Guck mal! Hallo! Ich habe nur noch einen Arm, sonst nichts! Oh! Du hast einen Arm und sonst nichts, aber du musst auch einen Knochen haben. In den Kopf! Das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Hier! Hinter dir! Nessa! Nessa, hinter dir! Nein! Ich komme nicht um! Ich komme um! Hier! Guckt euch an wie... Mich an! Guckt euch an wie mich! Wo bist du denn? Ich ziehe das so durch! Oh nein! Ich ziehe das jetzt bis zum Sol so durch! Oh nein! Ach kacke! Du bist hübsch auf jeden Fall, Long! Ich habe mein Händchen verloren, sehe ich gerade! Du brauchst dich nicht zu verstecken! Huah! Oh nein! Ich habe es nicht drüber geschafft! Da vorne! Oder so! Nein, nein, nein! Oh mein Kopf! Oh! Spannend! Was? Nein, nein, nein! Ich hätte den Kopf noch werfen sollen! Was gibt das? Gibt's nicht! Kann nicht sein! Was? Mann, ich war doch fast im Ziel! Ich schaff's! Was ist denn schon ins Ziel? Ich schaff's! Ich schaff's! Ein paar andere vorne! Ich schaff's auch mit einem Bein! Nein! Oh Gott! Genau, da bin ich gerade auch runtergefallen! Und was? Das ist ja mega wies! Nein! 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 Alter! Oh! Pader hat er erwischt! Ich war gar mal auf der Klingel drauf! Oh! Nessa ist ganz ruhig, sie konzentriert sich! Nessa! Ich konzentriere mich! Oh! Nessa hat vorhin schon gesagt, sie hat so Lust auf Jump and Run! Oh! Ich hab's geschafft! Oh! Stell auf! Wie kann man denn schmeißen? Ich bin leider ziemliches Hackfleisch geworden! Seid ihr alle schon da? Seid ihr alle schon da? Nein! Nessa ist noch dahinten! Und ich werd mit Dachen beworfen! Das kann dann ja nur die Paaren sein! Nein! Nessa ich warte auf dich! Ich bin so fair! Wie nett! Kann ich eigentlich noch Bewegung machen? Nein! Schade! Was ist denn? Ich werde hier, ich werde hier gerade abgelenkt! So, ich geh schon mal ein bisschen weiter! Wow! Oh! Oh! Ich geh ein bisschen weiter! Ich musste nur über das Loch springen! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Das sind alle durchgefallen! Du schaffst das jetzt! Hinter! Ja! So! Ja! Guck mal, da liegen die Kopfhörer! Wir übertreiben gar nichts! Mit dem Wurf geschossen hier! Ich treffe nichts! Übertreibst doch nicht! Oh! Oh! Was ist denn? Was passiert da? Was? Ähm, Messer? Ich bin jetzt von einer Glöcke zersplittert! Ist dein Spectator auch gerade so weit hochgeflogen? Ja, ja, genau! Alter! Okay! Okay, ich drücke jetzt die Daumen! Du hast noch vier Minuten, dann schaffst du! Ja, das... Kein Druck! Kein Druck! Das ist nicht mein Problem! Mein Problem ist, dass ihr schon da seid! Oh! Achtung! Achtung! Ja, ja, ich dachte ich schaff's noch! Ich kann nicht so hoch springen, wenn ich keine Beine mehr habe! Was? Also ich... Ich möchte nur kurz sagen, ich schmeiße gerade nicht mehr! Ich auch nicht! Ah! Ja, okay! Ich merk's mir! Das muss Curry sein! Ich bin da nicht! Was war das? Jetzt lass uns doch mal! Die Arme! Nessa! Achtung! Ja! Ja! Ja, hier komm ich drunter durch! Das Problem ist nachher hinten! Da musst du drüber springen hier! Und jetzt kannst du eigentlich nur... Genau! Da klappt! Und passt auf! Da klappt's! Da klappt's! Ah! Oh! 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 Kein Druck, Nessa! Noch drei Minuten! Kein Druck! Das klappt! Gib Gas! Ah! Schnell! Genau, genau so! Guck mal! Nichts verloren! Perfekt! Alles ist da! Das ist komplett ganz! Ah! Nur der Kopfhörer ist weg! Sonst ist alles da! Oh Gott! Oh Gott! Yeah! Yeah! What the fuck? Yeah! Oh geil! 23 Respawns! Obwohl es Versus ist, fliegt man dann immer mit am Ende! Ja, ne? Mhm! Okay! Musa, Leute! Musa! Das doofe ist, ich kann halt nicht einstellen mit den Leben und so, ne? Ähm, also... Ich weiß zumindest, dass man dann halt immer wieder das nochmal neu versuchen muss. Dann aus dem Spiel wieder raus, nochmal neu starten und... Also bei Curry und so, die müssen dann auch immer... Die haben das dann automatisch mit unendlich und dann gehen die nochmal raus und dann starten sie es nochmal und dann klappt das aber. Ich mach mal hier... Boxfun! Ich versuch's nochmal! Boxfun ist es jetzt, ja! Eine schaffen wir noch, ne? Nee, das kommt gut! Wir brauchen einen Koop, wäre cool! Oder? Soll ich mal, soll ich mal... Oh nein! Oh! Ja! Leute! Leute! Um... 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 So! Hm... Ich, äh, hoste das schonmal und dann... Ah ne, ich muss... Ich muss eine Map selecten. Oh, Search failed? Okay. Ja... Okay, warte hier. Hier, Olle dahinten... Steffi ist dumm. Was? Was? Ich lese nur vor. Okay, äh, gleiches, gleiches wie eben. Mhm. Tagebau gibt's hier, geil. Also bitte, bear with me. I'm... I'm with you. Hallo. Oh, da ist die Nessa schon. Da bin ich. Mal wieder. Okay. Ich starte. Oh, ich geh auch schnell. Mhm. Ja, ihr könnt nichts verloren. So, nochmal raus. Ein endliches Leben. Geh nochmal raus. Zehn Minuten. So. Nochmal neu starten. Warum? Weil... Das hattest du noch nicht eingestellt, oder? Äh, ne, ich hab hier gar nichts eingestellt jetzt gerade. Weil das ist wieder, glaub ich, falsch. Okay. Was ist das? Oh, das ist Koop. Na egal. Wir sind Anfänger. Ja. Da kann man das ruhig mal akzeptieren. Ähm. Was? Wir müssen hier zusammenarbeiten. Pass auf, Nessa, die sind heiß. Ja. Ich merk's gerade. Oh, ich bin, ich bin im Glas. Die, ähm, äh, Herzblatt. Ja, ich glaub auch. Okay, insert more meat. Warte, warte. Okay, dann geh ich auch mal rein. Hä? Ich bin, ich bin gerade und da drunter durchgespawnt. Warum macht ihr das? Ich müsste eigentlich ein Stück Fleisch unten von mir rausgekommen sein. Ja, da ist es doch. Da ist es. Was? Das bin ich. Oh, wie viel Fleisch man aus mir rausholen kann, ist echt überraschend. Achso, dann kann man da drauf springen. Möchte doch jemand Fleisch von sich produzieren? Braucht man doch gar nicht, oder? Wenn man... Bäh. Alter, das ist völlig... Ey. Ey, das ist Korb. Achso, achso. Oh, hab ich jetzt, hab ich jetzt ganz vergessen, ne? Alter, das schmeißt gar nicht, also, hab ich jetzt nicht dran gedacht. Warte, die fahren die jetzt hier im Weg. Ich glaub, der Long, der hat irgendwie Epilepsie oder so. Ah! 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 Alter, was war... Achtung, Herzklappen sind heiß. Nö, jetzt muss ich wieder hier anfangen. Hallo! Oh, toll. Äh. Äh. Oh. Ich komme, ich komme. Ach, du bist ja auch da. Pa, was ist gemacht? Ja, ich, äh... Ja, wurde... Ja. Ah! Ah, nicht schon wieder! Oh Gott. Oh nein, ich... Moment! Nein! Ich muss ja... Schnell ins Ziel, das ist gut. Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das denn hier? Es wird nicht besser. Äh? Muss man hier... Oh nein, nein, das... Ich brenne. Ich brenne. Das wird schwierig. Das wird echt schwierig. Okay. Und das mit dem Messern? Alter. Boah! Also Nessa, du hattest ja Bock auf Jump'n'Run. Ja. Das... Das ist Jump'n'Run. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wo ist denn hier so eine Motorsäge, mit der ich euch erwarten kann? Nee, das ist ja... Cool. Geht's noch? Nein! Hier, so geil, da steht man... Ah! Oh. Okay. Gut. Oh, hier geht's Jump'n'Run weiter. Gut. Wow. Obwohl, das geht. Es geht. Ich dachte, das ist schwieriger. Ja, also... Oh, äh... Diesmal seid ihr dran. Okay. Ich geh da rein. Bitte mit Geräusch, Kuddel. Ich möchte deine Schmerzen hören. Am besten... Am besten auf die Griffe. Wie findest du eigentlich meine Schuhe? Äh... Die sind wirklich sweet. Ja? Sweet. Also da kann man wirklich mal applaudieren. Ja? Das ist ein Traum. Oh. Äh... Ja. Okay, okay. Hör auf. Hör auf. Warte, das war nicht... Oh. Oh. Nein. Was macht ihr da eigentlich? Ich vernehme den Kopf. Auf gar nichts. Guck mal, meine Schnecke. Geil. Kahn. Traum. Geht's dir gut? Ja, ja. Nein! Oh, ich bin hier unten. Muss ich irgendwas machen? Ähm... Wir brauchen mehr Fleisch. Das reicht wohl irgendwie nicht. An dir ist nicht so viel dran? Ja, da muss noch jemand reinspringen. Ich bin eben auch bei dir. Mal ist mal mehr. Das sagst du jetzt. Wir sind hier unten. Nessa. Ja. Respawn. Ich kann gar nicht mehr boxen. Ja. Okay, wir respawnen einfach alle. Okay. Wir springen einfach alle rein. Nessa hat einfach keinen Bock mehr da. Nein! Ja, nicht da rein springen. Nein! Nessa, jetzt spring nicht mal an. Alter, das ist total angenehm, wie hier der Bildschirm wackelt. Nein! Ich glaube, ich habe den zweiten aus und spring gleich auf den dritten. So. Oh Gott. Ich komme! Ich bin gleich da. Ich fahr noch auf die Nessa, wir springen gemeinsam rein. Ich schaff's noch. So, Traum. Traum. Wunderschön. Und go! Okay. Ich bin durchs Level gefallen. Jo, es hat aber funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich bin unter dem Level. Wo bin ich denn? Ich weiß gar nicht. So. Ich glaube, das reicht. Nessa scheint das meiste Slice zu produzieren. Also Paar produziert nichts. Damit werden jetzt endlich mal die Vorurteile aus dem Weg geräumt. Ich produziere nichts. Ich bin einfach... Ja. Ich habe einen produziert. Oh Gott. Nessa spring einmal rein und wir haben direkt jetzt hier 10 Fleischspiel. Oh, hier muss der ganze Körper... Äh, hier hinten... Oh, guck mal. Ich habe hier was aufgemacht. Hier hinten musste der ganze Körper hin. Ich habe es geschafft. Okay. Wunderschön. Wundervoll. Schön finde ich. Toll. Okay. Nochmal 9. Hä? Oh nein. Wann muss man denn hier starten? Ich will nicht hier starten. Ja. Das wollte ich jetzt zwar nicht. Boah. Wie kommt man denn da rüber? Das ist doch voll weit. Aber man muss wahrscheinlich mit dem ganzen Körper, ne? Habe ich auch schon den ganzen probiert. Ich... Ah, warum fängt man immer wieder hier an bei den Messern? Können wir nicht die übereinander stapeln? Nessa, ich komme dir hinterher. Die Nessa. Wir schaffen das. Was? Ich habe da... Ich habe da noch eine andere Möglichkeit bestimmt. Wir haben da... Genau. Wir haben einen Plan. Da der Stuhl, den nehmen wir uns links. Ja. Ich habe den Checkpoint. Also wenn ihr... Wenn ihr hier... Ich brauche hier... Ich brauche hier noch eine Person. Nee, Panu. Verdammt. Was? Ist das nicht so... Ist das nicht so... Ist das so eine geile Map, ey? Oh Gott, guck mal hier oben in der Mitte. Eins. Drei. 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 Vier. Oh Gott, wie der guckt. Wer? Oh, das Fleischstück in der Mitte. Die macht hier Sightseeing auf jeden Fall. Ja. Sieht irgendwie süß aus, wie sie da unten so klein rumläuft. Also mit dem ganzen Körper musst du da hin, weil sonst... Ah, süß. Schaffst... Ah, ja. Bist du jetzt da hochgekommen oder bist du respawned? Äh, respawned. Oh, ich hasse die Messer. Ich brauche dich, Long. Oh, das ist doch schön. Tja. Endlich im Leben mal gebraucht werden. Da freue ich mich. Ja. Nein, ich muss noch mal auswendig lernen, was hier was ist. Das ist... Das ist... Ja, ihr habt, Frohen. Yay. So, Nessa, kommst du? Ja. So. Muss ich jetzt einfach hier rüber springen, ganz normal? Oder muss ich... Genau, einfach ganz normal. Mit dem Blau nicht. Mit Anlauf. Nein! Ich hab's geschafft. Ja, perfekt. Okay, warte. Oh nein, oh Gott. Komm, du musst hier mit mir drauf, dann können wir hochfahren. Wir haben noch drei Minuten. Wir können doch Versteckenspiel. Wo bin ich? Ach, mir ist man sieht den Namen. Ja. Ja. Verdammt. Wo bin ich? Stell das an. Ja. Ja. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh. 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 Oh, das sieht schön aus. Oh, das sieht schön aus. Ja. Da kann man ja rein, bestimmt nicht. Oh. Schnell, 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 schnell. In den Checkpoint. Oh. 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 Oh, ich muss auch nochmal zu. Oh, ich muss auch nochmal zu. Ich komme. Oh, okay, warte. Ich versuch's mal hier. Oh Gott, den Checkpoint hätte ich nicht gemacht. Oh Mann. Ich seh das Gold. Nessa, bist du drüben? Ja, ich hab sie geholt. Nein. Was? Oh, doch nicht. Das war einmal. Ja, warte, ich komme. Ich bin verbrannt und versäuert. Ich komme, ich komme. Versäuert. Ich komme. Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich so schlecht bin. Aua, ich komme nicht mehr weg. Ach, Quatsch. So, pass auf. Oh, du balancierst aber schön. Ja, ne? Ich bin eine Ballerina. Eigentlich bist du ja die Ballerina, ja. So. Geh einfach rechts. Ja. Einfach rechts. Einfach mal ein bisschen rechts. Nein! Oh nein, siehst du in der Säure? Nein, Nessa, schnell, 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 raus da. Ich kann nicht rachen. Kopf werfen, Kopf werfen, Kopf werfen. Ich hole dich, ich hole dich. Das ist so schlecht. Hoch, wo bin ich? Okay. Okay. Okay, wer hat gesagt, zehn Minuten wären, 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 äh... Ja. Und unendlich leben, ne? Haben wir auch noch. One minute, okay. Jetzt, ah! Das Goal ist aber schon da oben. Wir müssen aber alle da hin. Ja. Nimm mal den Umweg hier. Ich guck, ich setz dich mal irgendwo mal hier an. Oh, Nessa, Nessa, Nessa. Lauf! Aber hier nicht. Ja, ich kann nicht, ich kann nicht laufen. Ich kann nichts machen. Ah, du bist tot. Deshalb. I believe in you, sagen die. Oh Gott. Oh Gott. Ich komme, ich hol dich, ich hol dich. Ah, du bist tot. 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 So. Wir schaffen das, gar kein Problem. Ja. Okay. Ganz ruhig bleiben. Nee. Immer schön rechts bleiben. Ich steh auf diesen Scheiß. Ja, komm, zehn Sekunden, wir schaffen das. Nessa, ja. Zehn Sekunden, okay. And go. Oh. So, das ist dann bitte geile. Oh. Oh, schade. Ah, na gut. Oh, guck mal. Ich hab 25 Mal erwiesen worden. Ja, ich elf. Oh, ich auch. Na gut. Ich würde sagen, das war es dann erst mit der ersten Folge Bandit and the Blood Party. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Uns hat es, denke ich, mal wirklich viel Spaß gemacht. Also, ich hab mich echt kaputt gelacht. Ah. Genau, Applaus. Ja, ich hätte sehr viel Lust, da weiterzumachen. Ja, ich auch. Sehr. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es auf jeden Fall gut. Tschüss. Tschau.